Herzlich Willkommen bei der Firma Körber. Wir sind ein Traditionsunternehmen und bieten Ihnen bereits in der dritten Generation hochwertige Uhren, exklusiven Schmuck, modisch elegante Brillen und Kontaktlinsen mit höchstem Tragekomfort sowie effektives Sehtraining. Unser qualifiziertes Fachpersonal berät Sie an allen drei Standorten im Kreis Böblingen bei der Wahl der passenden Brille. Gerne fertigen wir Ihnen Ihre individuelle Korrektionsbrille passend zu Kleidung und Schmuck. Mithilfe unseres exklusiven Visual-Trainings steigern wir Ihre Sehfähigkeit und Wahrnehmung und sind somit in der Lage, Ihre berufliche und sportliche Leistung zu verbessern. Auch die schulische Leistung Ihrer Kinder wird optimiert und Ihre Konzentration gesteigert. In unserer Meisterwerkstatt gewährleisten wir Qualität auf höchstem Niveau, ob modische Standards oder hochwertiger Markenhersteller. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen auch bei der Reparatur Ihrer Brille, Ihres Schmucks oder Ihrer Uhr. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Fähigkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.